Die Sendung wurde live untertitelt. Uns wurde hier mal wieder gerade auch jemand festgenommen, wahrscheinlich weil er die angebliche Teufelsdroge Cannabis in den Taschen hatte, die im Gegensatz zu Alkohol nicht körperlich abhängig macht, nicht zum Kater führt, keinen Gehirnriss verursacht. Naja, das ist Drogenpolitik im Suffland Deutschland. Ich meinerseits bin 28 Jahre Cannabiskonsument und kann mit den angeblichen Nebenwirkungen ganz gut leben. Die Grüne Hilfe wurde 1994 als Informationsbörse zu den Themen Cannabis und Strafrecht, Cannabis und Führerschein, Cannabis als Medizin und Gefangenenbetreuung reaktiviert. Seit 1994 ist die Zahl der Hilfesuche, weil wir helfen Leute, die halt Ärger mit dem Prohibitionsapparat haben, vermitteln Engagierte und gute Anwälte. Das ist ziemlich häufig notwendig, vor allem weil auch zunehmend der angeblichen Entkriminalisierung bei geringen Mengen, wo Verfahren eingestellt werden können, nicht müssen von 6 Gramm bis 30 Gramm in Schleswig-Holstein und Berlin. Parallel dazu läuft der Missbrauch des Verwaltungsrechts über Führerschein als strafrechtliche Straf-Ebene. Hanf, wir sind das, Hanf heißt die Demo. Ich denke, ich muss hier daran erinnern, wir sind nicht alle, es fehlen die Gefangenen und nicht nur die, es fehlen die Millionen, die heimlich hinter ihrer Tür kiffen. Die Drogenpolitik hat versagt, Strafe schützt nicht vor Konsum und die, die am gravierendsten von dieser misslungenen Drogenpolitik betroffen sind, das sind die Gefangenen hinter Gittern. Etwas Erfreuliches gibt es auch in diesem Jahr zu berichten. Auch hinter Gittern hat sich jetzt eine Initiative gebildet, die nennt sich Grüne Zelle. Wer mehr zur Grünen Zelle wissen möchte, kann im Internet unter www.grüne-hilfe.de nachschauen. Es sind jetzt bundesweit 14 Hanfgefangene, die sich zur Grünen Zelle zusammengeschlossen haben. Die Initiative geht vom ehemaligen Grüne Hilfe Aktivisten René Gorik in der JVA Wittlich in der Eifel aus. Und der Kontakt zu Inhaftierten ist nochmals schwieriger als das, was wir hier vor den Mauern in Freiheit erleben. Die gravierendste Nebenwirkung des Cannabiskonsums ist die Kriminalisierung durch Zerstörung von Vertrauensverhältnissen, Beziehungen und Familien. Kinder werden von ihren Eltern getrennt, Partner werden voneinander getrennt, Freundschaften werden zerstört. Dadurch wird so mancher in die Sucht getrieben, anstatt vom angeblichen Teufelsteug ferngehalten zu werden. Aber es genügt nicht hier nur bei einer Demo mitzumachen. Wir kriegen das Image, was hier jahrzehntelang in die Köpfe geprügelt wird, nur weg, indem wir auch dazu stehen, was wir tun. Wie kann ich den Omas und Opas und Müttern und Vätern ihre Ängste nehmen, wenn nicht die, die das Zeug benutzen, offen dazu stehen. Aber hier herrscht eine große Scheu. Aber nichtsdestotrotz haben wir bei der Kampagne, ich habe gekifft und das ist gut so, wie wir hier auf der Hanfparade gestartet haben, inzwischen immerhin 1200 Leute zusammengekriegt, die mit ihrem Namen, ihrem Vornamen und ihrem Beruf dazu beitragen, dass wir aufzeigen können, dass Cannabis längst in der Mitte unserer Gesellschaft angekommen ist. Wir rufen euch dazu auf, hier bei uns zum Beispiel euch an der Kampagne zu beteiligen. Das Ganze könnt ihr auch auf der Seite www.gekifft.de nachsehen. Und wir kriegen diese Lügenmärchen nicht weg, wenn wir nicht dazu stehen. Daher, wir sind das Hanf, ihr seid das Hanf, beteiligt euch und gebt das Hanf frei. Es gibt kein ruhiges Hinterland, Hanfkonsum bringt Widerstand. Viel Spaß, feiern, kämpfen und ihr kriegt uns nicht weg, wir sind einfach da. Ich bald schweißig kiffe 28 Jahre, mache trotzdem meinen Job, mein Chef weiß Bescheid. Naja, nur ich weiß, wer noch alles sonst so kippt. Von vielen, von den meisten, weiß was die Bullerei hier nicht. Und die ganze Drogenpolitik ist ein verlogenes Scheiß. Aber Freunde von mir sind im Knast. Es gibt Leute, die sind wegen Hanf in den Knast gekommen, dann wegen getürkten LKA-Aktionen im Knast gelandet und auch für ihn rausgekommen. Das ist Drogenpolitik à la Deutschland. Sauft euch die Hoffnung. Hauke, 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 Hauke. Hauke, Hauke.